Oh, der springt uns. Der springt nicht. Oh, das weiß ich nicht. Ich nehme halt noch einen. Komm, at hierhin. Warum? Oh. Der springt wie eine Pussy. Unterfällt halt diesem. Oh, ich könnte mich jetzt gerade aufregen. Du, nicht runterrollen. Du bleibst da. Oh, da roll ich schon selber runter. So. Ah, jetzt springt der mal. Na toll. Ist hier irgendwas? Kann ich die Putt klicken? Nö. Oh, ein Hubschrauber. Cool. So. Dann rennen wir mal. Hab ich die Taschen mit raus? Huch. Ähm, Hubschrauber sind nicht so, nicht so gesund, hab ich gehört. Ich lese. Oh, 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 oh. Wacht mal, wacht mal, wacht mal, wacht mal. Nein, warten wir doch nicht. Lauf doch. Lauf, lauf. Nein, nicht schießen, nicht schießen. Was? Ach, nein. Komm, ich kann, ich hab gar nicht gebrauchen. So, mach die Tür auf. Mach die verdammte Tür auf. Geh weg. Und lass mich durch. Okay, da unten gibt's ein Geheimnis. Hm. Hey. Ja, ja. Fast. Hm. Fast ein Geheimnis. Aber ich glaub, das wird nachher noch ein bisschen, äh, schwieriger, die zu finden. Ich hab bestimmt auch schon jede Menge übersehen. Aber es soll's. Hm, da können wir dann, äh, und da. Und den können wir dann noch ein Ding vor die... ...kötze dörnern. So, hier liegen noch ein paar rum. Die Schatten sind auch ziemlich cool. Sieht komisch aus. Also, das hier ist dann wahrscheinlich auch Leben. Hm. Scheint so zu sein. Oh, das war eine Geekruhe. So, nehmen wir nochmal... ...insere Tanne. Äh. Ach, da hinten sind noch welche. Okay. Okay. Ach, komm. Was soll denn der Mist hier? Wollen wir nicht so sein. Bisschen wollen wir ja auch was riskieren. Oh, 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 okay. Oh, 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 oh. Na ja, auch hier liegt... Warum liegen so viele verkuckelte Leute hier? Nicht raulich, Gott. Keep rolling 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 rolling. Das habe ich noch nicht mal in die Kiste. So. Mit Eleganz hier durch. Das heißt... Naja. Ein bisschen hübscher aussehen können. Aber da schießt ich doch nicht. Und ich packe die Tür trotzdem auf. Und hier liegen noch mehr Leute rum. Das ist glaube ich Munition. Brauchen wir ja im Moment nicht. Wir haben alles voll. Warum ruckelt das gerade hier so? Was willst du uns damit sagen? Das ist die Datenlead. Hey, coole Sache. Darauf brauche ich gerade einen Schluck Wasser. So. Gehen wir auch mal weiter nach dem frischen Schluck Wasser. Generalwasser natürlich, weil äh... Sonst schmeckt es ja fies und reckelhaft. Los. Ach komm. Wir schießen uns den Weg frei. Ach und ballern uns doch selber. Weil wir haben ja genug Leben. Nicht. Ähm... Hey, du. Echt? Cool. Cool. Cooles Graffiti, wenn er es dich direkt am... Holz her... Ach nee, da sind die... Da sind die gerade... Nein! Nein, du. Nicht zu stürmen. Die Dinger sind scheiße. Ja. Gibt es mir jetzt einen Keks oder sowas? Da habe ich gerade Lust drauf. Ja, geh mal von der Leiter weg. Verdammter. Ja. Ach, hier schlägt er also. Ja, gemütliche Bleibes. Was anderes. Ach, da. Nee. Könnte ich gerade ausflippen. Blue. So. Wo ist denn jetzt? Regal. Was soll's? Wenn ich halt weiterkomme, nicht von da, oder? Nee, ich kann nicht von... Von da, oder nicht? Äh, ja. Ich kann von hier. Oh Gott. Verwirr ich mich selber gerade. Das kannst du nicht. Da kommen noch Leute. Hallo! Komm her! Ja! Oh, das war knapp. Hm. Und die feige Pussy bleibt natürlich hinten und verschüttet sich. Ich muss ja alles wieder regeln und kaputt schlagen. Oh, da kommt noch mehr. Wow, 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 wow. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja. Ja, das ist natürlich auch gut. Die Erfindung überhaupt so explodierende Fässer rumliegen zu lassen. Ja, ich glaube, ich bin mir wieder... So, normale Waffe. So. Sagen wir mal das noch ein. Oh, nee, zum. Voll. Äh, und jetzt ballern sie auf mich. Jetzt kommen wieder so Fische. Von da. Hallo, hier. Ach, war hier nicht dafür? Komm hier da durch? Ha, doof, ne? Doof, oder auch? Weiß ich richtig auch nicht. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Ach, jetzt. Seid doch mal ruhig. Ist hier unten, äh, eine schwarze Nichts. Haha. Das Zielen ist aber auch verdammt schwer hier in dem Spiel. Finde ich jetzt. Ah, cool, ich hab mal eine Waffe. Yes. Kein Rückschlag. Was ist das für ein scheiß Rückschlag oder sowas? Dein Dreh, den. Ich will da rein. Ich weiß zwar nicht, ob ich hier richtig bin. Oder falsch. Oh, es ist aus. Ah, da kann ich nicht gehen. Dramatische Musik Tick tue 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 Wow Ah jetzt füßt ich durch Verpackt den Waffen wechseln Zwei ist das, drei ist das Dann nehmen wir noch drei Och damit ist Ziegen ja wie Äh einfacher Granate, Granate, wow 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 War es keine Granate? Ne das war das Sagt grad so aus Ähm ne da oben war nichts mehr Können wir jetzt weiter achten Ich nehme die Pistole Oder doch nicht War ich da nicht gerade schon? Hm Laufen wir mal hier Hätte Also da darf ich glaub ich nicht rennen Oh da, da darf ich nicht rennen Ach ne Steht natürlich genau über dem Gas So Das nehmen wir doch gleich mit Kann mal wieder fast voll leben Und spinnt Und dich nehmen wir doch gleich mit Ins Nirvana Ja wir müssen jetzt hier runter Von Geheimnis falls ich nicht Oh ja noch nie eines Oh ja noch nie eines Ähm Okay aber wo ist der richtige Weg? Haha Kehrter Kann gut sein Wollen wir kurz Luft weil wir haben nicht mehr viel Energie Ähm Meine Waffe leuchtet ja Ups Ähm Das war der verkehrte Knopf Haha Ups wie ich mich halt selber schon fast Im Morde Nein Da hab ich nämlich grad angepasst auf das Hängt der mit mir? Komm doch mal rein Ich muss den nicht treffen So Nachladen So So Und jetzt brauch ich Leben verdammte Hacke Oh 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 Ich sterbe Ich sterbe Ich sterbe Ich sterbe Ich sterbe Von da verdammter Hacke Das gibt's doch nicht Gerade Daten Ach jetzt hab ich wieder zum Glück Voll Schön aber diesmal glaube ich Schieße ich mich nicht selber ab Wäre glaub ich einiges besser Ja komm Nein 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 So Es kommt doch von da runter im Sprung Da ist dann noch einer Komm lauf Ich mache mir den Kopf vollen Das ist ja gar nicht Ich. 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 買. Kalib. Keine. Ich. 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 Waffe, weil von anderem haben wir nicht mehr viel Munition. Och nee. Geht weg! Geht weg! Geht raus weg! So. Zerstört. So, eine Waffe nehmen wir. Gucken wir, ob hier noch was ist. So. Ab hier durch, weil hier ist ja sonst nichts anderes. Und da springen wir einfach mal runter. So. Äh, keine gute Idee. Ach komm. So. Wenn ich hier schon alles zerstören kann, warum... ...mach ich das nicht einfach? Komm her! Na, noch her. So, hoffentlich war es das jetzt. So. Ach nee, da ist noch einer. Oh Gott. So. Da kann ich scheinbar nicht durch. Ich glaube, ich muss jetzt wieder runter. Also da runter. Ja. Ja. Dann gehen wir mal runter. wieder in so eine Sift-Suppe rein. Oh Gott. Oder müssen wir da? Ähm. Oder ich muss da irgendwas... Genau, ich muss das... Ach Gott. Hups. Guck. So. Äh. So nicht? Wie geht das denn anders? Muss ich da drauf? Oder was? So. Also, das sieht schon mal ziemlich professionell aus, was ich gerade mache. War das eine Toilette, Mann, oder? Egal. Ich habe das Gefühl, dass hier noch mehr solcher fliegende Viecher kommen. Hm. Ja, genau, hier muss man irgendwas betätigen oder so. Also, ich habe schon lange nicht mehr gespielt, aber das sollte jetzt nicht so schlimm sein. Und wie schnell das Wasser steigt. Ohne lauter Geräusche, so ein bisschen, als ob einer pinkeln würde oder so. So, jetzt kann man auch schön rein. Da kann man aber nicht durch. Hier. Ach, das steigt aber verdammt hoch. Sauerstoff brauchen wir noch mal. So, jetzt können wir da aber durch. Ach nein. Ich wusste es. Kann ich nicht unter Wasser bleiben? Nein, die kommen auch unter Wasser. Aber ich habe nicht schon wirklich Sauerstoff. Das hat sich gerade sehr komisch angehört. Und ab runter. Hauptsache, er hangelt sich noch unter Wasser. An der Leiter. Kann natürlich schneller gehen, aber... Ja. Kein Leben. Genau, da muss ich jetzt hoch. Ach komm, geh da hoch. Verdammt. Ach nee. Genau, ist immer das. Ich brauche hier was zum... Ich brauche hier was zum... Drauf springen. Sauerstoff. Schnell. Sauerstoff. Ich brauche Sauerstoff. Puh, das war aber knapp. Das war haarscharf. Brauchen wir wohl noch einen Tauchgang. So. Klammer runter. Ja, komm, schlag es. Da vorne. Das tun wir auch noch hoch. Ja, hoch. Durch. Ach. Auf Anhieb geschafft. So, nehmen wir wieder unsere Waffe und dann lädt es wieder. Oh, ich hasse es, wenn es lädt. Da muss man immer so lange warten. Ich habe immer Angst, dass da irgendwas kommt außer sowas. Wo bist du jetzt wieder? Schätze ich. Ich glaube, jetzt bist du runter. Oh Gott, genau die Dinger meinte ich, die mich zartstücken wollen. So, hier komme ich scheinbar nicht weiter. Aber, ich bin jetzt sicher. Hm. Kleiner Sprint. Das hört sich wieder so nach einem fliegenden Ding angepasst. Oh, ja, ja, ja. Wo ist es? Unter Wasser? Okay. Okay. Egal. Ich glaube, da sollen wir jetzt gerade nicht drüber nachdenken. Oh Gott, schon wieder so ein Ding. Ich kann die Dinger langsam nicht mehr leiden. Die gehen noch nicht mehr. So, war das auch noch. So, ähm, jetzt müssen wir hier dann. Ah, da ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis, ein Geheimnis. Hochwürdig, Gordon Freeman. Das war aber nicht das Geheimnis. Hey, komm. Ja, und das war das Geheimnis. Hey. Ich wünsche einmal eher die Geheimnisse, als dass ich weiterkomme. So, ich glaube, ich mache mal hier eine kleine Pause. Speichere ich mal. So. Und dann mache ich wahrscheinlich eine weitere Minecraft-Folge gleich. Also, bis dann.